In diesem Video werde ich dir einige wichtige Grundbegriffe in der Lagrange-Mechanik erklären. Und dazu schauen wir uns ein Fahnenpendel mit der Länge L an. Um die Position von dieser Masse im Zweidimensionalen zu beschreiben, sind normalerweise zwei Koordinaten nötig. Eine X- und eine Y-Koordinate. Wie wir aber gleich sehen werden, ist in diesem Fall eigentlich nur eine Koordinate nötig, um die Position dieser Masse zu beschreiben. Der Grund ist, dass diese Masse an dem Fahnenpendel dran hängt und deswegen einer Zwangsbedingung ausgesetzt ist. Die Zwangsbedingung bei diesem Fahnenpendel ist, dass der Abstand dieser Masse vom Ursprung immer diese Länge L sein muss. Das heißt, wenn wir es hinschreiben als eine Gleichung, muss die Wurzel von x² plus y² immer gleich der Länge L sein. Oder wenn man diese Gleichung etwas umschreibt, dann sieht das so aus. Diese Gleichung, das ist ein Beispiel für eine sogenannte Zwangsbedingung. Und immer wenn man so eine Zwangsbedingung hat, dann kann man die Anzahl der Koordinaten um 1 reduzieren. Das heißt, in diesem Fall benötigen wir eigentlich nur eine Koordinate, um die Position dieser Masse hier eindeutig zu bestimmen. Und diese Koordinate könnte zum Beispiel der Winkel zwischen dem Fahnenpendel und der x-Achse sein. Diesen Winkel nenne ich mal phi. Wenn man diesen Winkel kennt, dann kennt man die genaue Position dieser Masse. Man kann sich die ursprünglichen kathesischen Koordinaten aus dieser neuen, verallgemeinerten Koordinate ausrechnen. In diesem Fall sehen die Formeln so aus. x ist gleich L mal dem Cosinus von phi und y ist gleich minus L mal dem Sinus von phi. Du siehst, dass wenn man phi kennt, kann man sich ganz einfach mit diesen Formeln x und y ausrechnen. Und damit kennt man dann die genaue Position dieser Masse. Das heißt tatsächlich, es genügt diese eine Koordinate, um die Position dieser Masse zu beschreiben. Diese Koordinate bezeichnet man jetzt eben als eine verallgemeinerte Koordinate. Und jetzt gibt es noch einen weiteren wichtigen Begriff, der oftmals vorkommt. Und das ist der Begriff der Freiheitsgrade. Und zwar ist die Anzahl der Freiheitsgrade die Anzahl der verallgemeinerten Koordinaten. In unserem Fall brauchen wir nur eine verallgemeinerte Koordinate, um dieses System hier zu beschreiben. Das heißt, die Anzahl der Freiheitsgrade die ist gleich 1. So, also mal schnell zusammengefasst. Wir haben eine Masse im R2. Normalerweise braucht man zwei Koordinaten, um die Position dieser Masse zu beschreiben. Weil wir jetzt aber eine Zwangsbedingung haben, kann man die Anzahl der benötigten Koordinaten um 1 reduzieren. Das heißt, es ist möglich, eine einzige Koordinate zu finden, die die Position dieser Masse hier eindeutig beschreibt. Und diese neue Koordinate bezeichnet man als eine verallgemeinerte Koordinate. Weil wir nur noch eine verallgemeinerte Koordinate brauchen für dieses mechanische System, hat dieses System auch nur einen Freiheitsgrad. So, also das werden all diese Begriffe hier am Beispiel des Fadenpanels erklärt. Schauen wir uns aber trotzdem nochmal den allgemeinen Fall an. Im Allgemeinen haben wir n Teilchen im Dreidimensionalen. Und um die Position all dieser n Teilchen zu beschreiben, braucht man normalerweise drei n Koordinaten. Man braucht für jedes Teilchen eine x, y und z Koordinate. Das heißt, für das Teilchen 1 braucht man die Koordinaten x1, y1, z1. Dann für das Teilchen 2 braucht man die Koordinaten x2, y2, z2 und so weiter. Und dann braucht man noch für das Teilchen n die Koordinaten xn, yn und zn. Das sind alle Koordinaten, die man braucht, um die Position dieser n Teilchen im Dreidimensionalen zu beschreiben. Oftmals schreibt man das Ganze noch solche Vektoren an. Zuerst braucht man den Vektor r1, das sind diese drei Koordinaten. Dann den Vektor r2 und so weiter bis zum Vektor rn. Und wie schon gesagt, das hier sind insgesamt drei n Koordinaten. Wir würden jetzt Zwangsbedingungen im allgemeinen Fall ausschauen. Zwangsbedingungen sind immer Gleichungen, die so aussehen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite der Gleichung irgendeine Funktion, die von all den Koordinaten abhängt. So x1, y1, z1 und so weiter bis xn, yn und zn. Und dann könnte diese Zwangsbedingung noch von der Zeit abhängen. Und diese ganze Funktion, die muss 0 sein. So schreibt man im allgemeinen eine Zwangsbedingung auf. Du siehst, dass das hier unten ein Beispiel für so eine Zwangsbedingung ist. Das hier auf der linken Seite, das ist die Funktion f, die hängt von diesen Koordinaten hier ab. In unserem Fall hängt diese Zwangsbedingung nicht von der Zeit ab. Und du siehst, diese Funktion f ist gleich 0. Genauso wie es hier auch ist. So, also so sieht im allgemeinen eine Zwangsbedingung aus. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier nicht nur eine Zwangsbedingung, sondern wir haben mehrere Zwangsbedingungen. Sagen wir mal, insgesamt haben wir m Zwangsbedingungen. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir mit jeder Zwangsbedingung die Anzahl der benötigten Koordinaten um 1 reduzieren können. Das heißt, mit jeder Zwangsbedingung reduzieren wir die Freiheitsgrade um 1. Das heißt, wir haben dann insgesamt f ist gleich 3n minus m Freiheitsgrade. Weil uns jeder der m Zwangsbedingungen die Freiheitsgrade um 1 reduziert. Das heißt, wir brauchen 3n minus m verallgemeinerte Koordinaten. Diese verallgemeinerten Koordinaten bezeichnet man normalerweise mit q. Das heißt, wir haben q1 bis qf. Wir haben 3n minus m verallgemeinerte Koordinaten. Und wir können uns diese ursprünglichen kathesischen Koordinaten aus den verallgemeinerten Koordinaten ausrechnen. Das heißt, jede der ursprünglichen Koordinaten, zum Beispiel x1, ist eine Funktion der neuen verallgemeinerten Koordinaten. Das heißt, wenn du diese Koordinaten alle kennst, dann kannst du dir x1 ausrechnen. Und genau gleich für y1, z1, x2 und so weiter. Genau so war es ja auch hier der Fall. Wir konnten uns die ursprünglichen kathesischen Koordinaten aus der verallgemeinerten Koordinate ausrechnen. Das habe ich mit dem hier gemeint. So, also das werden jetzt diese drei Begriffe hier erklärt. So, und jetzt gibt es da noch drei weitere Begriffe, die ziemlich häufig vorkommen. Und das sind holonome Zwangsbedingungen, skleronome Zwangsbedingungen und reonome Zwangsbedingungen. Zuerst mal, was sind holonome Zwangsbedingungen? Holonome Zwangsbedingungen, das sind Zwangsbedingungen, die in dieser Form hier geschrieben werden können. Das heißt, das hier, das wäre zum Beispiel eine holonome Zwangsbedingung. Was wäre jetzt keine holonome Zwangsbedingung? Stell dir zum Beispiel mal einen hüpfenden Ball auf der Erdoberfläche vor. Hier würde die Zwangsbedingung so aussehen. Die y-Koordinate von diesem Ball, die muss immer größer als 0 sein. Der Ball muss ja immer oberhalb der Erdoberfläche sein. Du siehst, diese Gleichung ist jetzt nicht so eine Zwangsbedingung. Wir haben ja hier kein Ist-Gleich, sondern wir haben hier ein Größer-Gleich. Und deswegen wäre das hier keine holonome Zwangsbedingung. So, also, das verstehen wir unter diesem Begriff. Jetzt unterteilen wir diese holonomen Zwangsbedingungen. Solche Zwangsbedingungen hier noch in skleronome Zwangsbedingungen und reonome Zwangsbedingungen. Skleronom bedeutet einfach nur, dass diese Zwangsbedingung hier nicht von der Zeit abhängt. Das heißt, diese Funktion hier ist nicht von der Zeit abhängig. Wenn diese Funktion aber sehr wohl von der Zeit abhängig ist, dann bezeichnet man diese Zwangsbedingung als eine reonome Zwangsbedingung. Und damit wären wir jetzt fertig mit den wichtigsten Grundbegriffen der Lagrange-Mechanik. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zur Lagrange-Mechanik anschauen möchtest, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung.